jo leute was geht herzlich willkommen zu einer neuen folge bad wars 4x2 mit dabei ist heute wie ist der mineralwasser 17 genau wir spielen wohl platzangst ein pedo bär alles klar weil wir sagen wirklich gute gegner habe ich nicht entdeckt wie es auch öfter mal so ist ich hoffe wir kriegen keine brustwürmer oder ähnliches dann sollte das auch eine nice runde werden ich freue mich darauf motiviert gehen wir erst mal blöcke warum bauen der so weit zur seite ich bin der meint dass man ein bisschen zur seite aber auch noch nicht so viel naja ich hoffe man ist hier irgendwelche schwitzer bisschen ones decken oder so was ich denke mir so flacher bauen ist auch chilliger weil auch ones der gelaufen aber an abpacken das hört ja immer wieder von mir bin ich auch immer noch der meinung so geht eigentlich gerade noch das geld geleckt oder ich weiß nicht ich habe letztens auch so komisch geleckt obwohl ich in den 15er binger hatte ich dachte so was warum lege ich nur auf jeden fall ich konnte nicht kommen spiel hat mich richtig abgefuckt als ob die sich ein glowstone gegönnt haben ich glaube ich wollte sich instant gold holen instant alter meine fresse kann man so spielen dann brauche ich mich erstmal nach gegenüber denke ich weil die auch so hoch gebaut haben schon ziemlich weit sind und die anderen wohnstecken da hinten glaube ich ne natürlich wohnstecken die alter meine fresse naja wenigstens habe ich ihn auch dauernd ich glaube die anderen die grünen ich glaube die schwitzen gleich ein bisschen drauf so kommt es mir vor jetzt nicht weil die gut sind sondern auch vom bauern her ist so wie die hoch bauern alter kann ja nicht sein ja natürlich müssen wir da auch wohnstecken ist klar ne ach du scheiße du kannst dir den ja erstmal gönnen ich gehe mal weiter auf rot drauf nice ja hätte halt noch besser er hat mich richtig schnell gehärtet irgendwie finde ich jetzt genau was machst du da gehst du zurück warum brauche ich mich halt wieder oben rüber man kennt ja ist ja immer dasselbe so der steht da schon mit dem copper bei der steht da schon ja was hat der für eine range ich bin mir echt nicht sicher ob das legit ist man das ist ja übel die range die er hat die ist echt übel meine fresse ich kriege natürlich die runde wieder mal nix ist ja auch klar wenn ich einen guten meter er hat das in der 6er kd ungefähr natürlich kriege ich da nix oh nice alter ich habe ihn wunderschön abgelenkt wenn der jetzt hier einfach mal first rush einfach mal easy holt dann bin ich echt scheiße ohne witz ganz wir nicht mehr erzählen dass ich gut bin meine fresse ich krieg hier nur den einen kill tt auf jeden fall drei minuten runde ich würde sagen wir machen dafür gleich noch eine runde hinterher vielleicht mache ich dann die zweite runde ein bisschen mehr was die runde und so bla bla auf jeden fall bis gleich so leute da bin ich wieder nächste runde rsl rainbow am start natürlich wieder mit mineralwasser 17 richtig nice der namen auf jeden fall vor allem mineralwasser mit 2i standard es ist einmal dasselbe hier ich kriege keine bronze ich kann ja erstmal chillen einfach mal ein bisschen warten rainbow bear ach du scheiße alter du hast ja richtig den süßen skinn aber ich meine schau mal mich an gegen mich kommt eh keiner ran ich bin einfach süß und voll den süßen skinn habe ich auch natürlich ne vor allem wie voll viele leute denken dass irgendwie weil ich den skinn habe ich voll scheiße bin und so aber so schlecht bin ich gar nicht nur manchmal nur manchmal leute nicht immer noch ein bisschen höher würde ich sagen dass wir da auch ein bisschen von oben runter können so die werden definitiv höher kommen als wir weil jetzt in one second wahrscheinlich weil die ein bisschen spitzen werden vielleicht springt er ja gleich auf mich komm spring doch natürlich ich wusste ich krieg dich noch runter ich wusste es man ich war mir da so sicher jetzt hat nur noch ein ein halbes herz glaube ich ist das rote herz das rote 1 die rote 1 wie auch immer das ist auf jeden fall lauter unten ich würde sagen dass wir direkt natürlich drauf schwitzen wen auch sonst der ganz ständig ist gold oder ich hoffe mal nicht ne ich dachte er ist gut also so 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 natürlich erstmal weg kaputt machen Standard natürlich ja so ziemlich gut ne ich freue mich selber blöcke pläsen ich krieg mal ein Knockback man hier beide gg euch habe ich erstmal weg das bädchen ich habe mich zwar ein bisschen low eingebaut ich weiß aber trotzdem das kann doch nicht sein wie wenig kriegt der und wie viel gibt er mir wieder mit der hand das ist doch so unlegit ist aha ja wenn ich stamm müsste trotzdem von mir aus ist mir scheißegal meine fresse warum bin ich so scheiße im Knockback gerade ich glaube es nicht ich bin ich hoffe bei dem anderen gelben ist es ein bisschen besser ich habe uns das gleich mal an das okay der fliegt wenigstens runter das kann man doch auf jeden Fall machen diese Runde habe ich sogar intim gereckt das ist doch was da kann ich stolz drauf sein ich habe was erreicht im Leben das schreibe ich in mein Lebenslauf und so weiter es gibt ja keine Lieder das wusste ich nicht mehr es gibt kein Lieder aber gg dann gehe ich mal runter save erstmal das Gold so save entspricht ich werde es runter und da mal den Boss beim Atoll ich wollte ihm eigentlich nur noch einen Hit verpassen ich hab den eh nicht gekriegt keine Ahnung aber ich habe jetzt keinen Bock auf Post beim Atoll das fackt mich ein bisschen ab gerade mein Maid ist da hinten vorne ok hat der gar Gold gewohnt oder wie sieht es aus ich habe einmal den Schuss abgekommen naja so habe bloß 4 ok ich krieg auch nochmal gleich 4 wenn er jetzt zu mir kommt dann kann ich ihn da runter hinten wenn er dann kommt komm doch jetzt einfach man komm doch einfach komm doch einfach jetzt geht er zurück der Lappt mich glaubst nicht was ist das für ein Lappen ich habe jetzt auch nochmal Gold geholt das heißt ich kriege auch noch einen Bogen ich werde auch noch ein bisschen Bow Spam ich meine was wollen wir machen wenn die da so campen wir kriegen da eh kaum einen Weg drüber und naja ich könnte mir noch Ender Chests kaufen das wäre was zum Beispiel hast du den Bogen hingeworfen okay da achso okay ich wollte mir noch ein bisschen essen das wollte ich nicht nur kochen sonst habe ich alles das mache ich hier rein mache eine Eisenrüstung zum Beispiel den Gäste mache ich auch da rein und ja dann gehe ich mal zur Mitte Place da meine Ender Chests im Camp mal ein bisschen Gold vielleicht mal ein bisschen Bow Spam keine Ahnung jeden Fall das wie das falls wir in der Mitte sind das safen können wir müssen es ja nicht mal benutzen nur mal eben safen das ist ja was anderes lege ich einfach mal da rein die Rüstung habe ich jetzt auch eigentlich für nichts gekauft weil ich eh drauf gehen werde ich kann sie trotzdem mal versuchen der Full-Equip hat locker noch sein Bogen denke ich mal habe ich ihn nicht gesehen aber ich denke ne eigentlich so erstmal eingebaut das ist doch schön frei na gg so easy waren die hätte ich echt nicht gedacht ich habe gedacht sie sind ein bisschen gut aber nie die Post werden ja da gibt es mit der Spitze keine andere ne fliege jetzt mal du auch ich bin auch so scheiße mit dem Glück zum zweiten Mal hielt ich mich einer mit der Hand runter wie low bin ich eigentlich weil man hätte ich den doch easy mit der Spitze gekennen können wenn ich eh schon so viel Schaden gemacht habe 8G ein Kill, zwei Betten nice auf jeden Fall die Runde ging 6 Minuten habt ihr so ungefähr ein 10 Minuten Video freut mich auf jeden Fall ich hoffe auf euch hat es gefallen mir hat es Spaß gemacht lasst doch gerne eine Bewertung da abonniert mich oder so bla bla wir sehen uns gerne wieder morgen 18 Uhr haut rein Leute und Ciao bis zum nächsten Mal